Ja, meine Freunde, es wird mal wieder unfassbar schmerzhaft. Es geht nämlich um Aline Bachmann. Ja, die ultimative Zerstörung von Just Nero hat gestartet und zwar Aishas Familie zerstört Aline Bachmann komplett Payback-Finale. 44 Minuten feinste Unterhaltung. Ich kann es noch gar nicht so ganz glauben, dass das Finale sein soll, aber wir gehen auf jeden Fall mal rein. Und bevor wir reingehen, liebe Freunde, einmal der Hinweis. Es gibt nämlich jetzt einen Holy Rettershaker. Ja, jeder verkauft Rettershaker, spendet 5 Euro ans DRK und der sieht so wunderschön aus. Also, wenn ihr mich supporten wollt, wenn ihr Holy supporten wollt, gerne mal den Rettershaker gönnen. Ich markiere euch das in der Videobeschreibung. Jetzt gehen wir rein ins Video. Oh, ich habe gesehen, dass es wieder Meta ist, wie das Unternehmen von diesem Zuckerberg, seine Zuschauer darauf hinzuweisen, wie viel Prozent denn nicht abonniert haben. Es sind fast 50 und ich will ehrlicherweise auch einfach aus Interesse sehen, wie viele einen nach so einem Aufruf abonnieren. Weil ich weiß ja, dass wir hier... 50 Prozent haben nicht abonniert. Boah, das müsste ich bei mir auch mal nachschauen, wie viele das sind. Eine stramme Truppe sind. Wir stehen kurz vor der halben Million, deswegen wäre es mir ein innerliches Blumenpflücken, wenn ihr mich abonnieren würdet. Vorausgesetzt natürlich, ihr guckt meine Videos denn auch regelmäßig. Einen wunderschönen guten Moin, Servus, Moin. Wie im letzten Video schon gesagt, ist das hier eventuell das Ende der Fahnenstange. Möglicherweise das letzte Payback-Video. Bedingung 1. Aline lässt Aichers Familie ab jetzt in Ruhe und hört auf, öffentlich gegen sie zu feuern und die... Ja, können wir schon abhaken. Wird ja auch schon nicht passieren. Das ist genauso wie bei einer Shoyoka. Du kannst da keine Bedingungen stellen. Eine Aline Bachmann ist wirklich... Und ich weiß, ich soll das eigentlich nicht machen, diese Fremddiagnosen. Aber Aline Bachmann ist für mich wirklich unfassbar krank. Die hat sie echt nicht mehr alle Latten am Zaun. Aber überhaupt nicht. Wenn ich den Vergleich hätte zwischen Shoyoka und Aline Bachmann, ich finde Aline Bachmann um Welten schlimmer. Wirklich. Und ich kann es mir selbst kaum glauben, aber Aline Bachmann, was Just Nero da schon alles aufgedeckt hat, ist unfassbar. Eine sehr, sehr... Ja, wie soll ich sagen, ohne eine Abmahnung zu bekommen. Eine sehr unsympathische Frau auf jeden Fall. Und mir macht das ein bisschen Sorge, weil sie mal Pflegekraft werden wollte. ...aufs Neue aufzurollen. Die Familie möchte ihre Ruhe vor ihr haben. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass dieses Video und auch alle vorher mit der Familie in enger Absprache entstanden sind, weil ich nicht einfach irgendwas über die Köpfe hinweg von denen halt sage. Bedingung 2. Aline lässt mich endlich in Ruhe und hört auf, gegen meinen einen zu wettern. Das inkludiert wildeste Vorwürfe, wie zum Beispiel, der Jut Nerzo, der ist der Hacker. Der Hacker sein heißt so viel wie, das ist die Person, die ihr gerade mal so gar nicht in den Kram passt, auf den man zeigen kann und dem halt alles Übel der Welt zuschieben kann. Alles Übel der Welt heißt vom Alinschen ins Deutsche übersetzt, übrigens so viel wie, der war ein fiesi Fiesling zu mir, ganz böser Gemeini. So ungefähr. Oder, dass ich der... Ja, auch Bedingung 2 wird nicht eintreten, also keine Ahnung. Ich sehe das einfach nicht kommen, von daher können wir jetzt nach einer Minute schon sagen, dass das eventuell nicht das komplette Finale gewesen sein wird. Oberfeldbesen der alles hassenden Aline Zahzer seie oder generell, wäre Aussagen in meine Richtung. Sowas wie letztens die Nix-Ergnügung. Verzeihung, ich... Nix-Ergnügung. Ist schon doof, wenn einem die Monetarisierung den Krieg erklärt hat, wa? Ja, übrigens, letztes Video auch wieder absolut genialer Five-Hat-Move von mir. Ich wollte ein Wort zensieren. Guck mal hier, da hat das I, das habe ich da wegzensiert. Aber was steht denn da jetzt mit der Zensur? Das ist schon wieder so ein typisch... Sehr, sehr geil gemacht war... Sehr, sehr geil gemacht war Just Nero, ja. Welches Wort könnte da stehen? Ich habe absolut keine Ahnung, Freunde. ...Shanero Five-Hat-Move gewesen. Merke ich selber. Immerhin hat es bei ein paar Leuten zum Lacher geführt, dass ich mal wieder ein absolut dummer, vollidiot war. Bedingung 3. Aline leistet sich keine Klopper des oberen Kaliber mehr. Sprich, sie baut nicht mehr diesen richtig üblen Bockmist. Diffamierung, Bedrohung, Fertigmachen von Privatpersonen und, und, und. Es gibt noch so viel mehr, was bei Aline vorgefallen ist. Das alles hier aufzuzählen würde deutlich länger als eine Stunde elf Minuten und 50 Sekunden dauern. Aber bevor wir weitermachen, jetzt muss ich mir eine möglichst offensichtliche Überleitung ausdenken, um einen gewissen Streamer, der sich eine Wahnsinnsfreude daraus macht, wenn er Placements richtig errät, seinen Dopamin-Kick zu geben. Kennt ihr das, wenn Langfinger im Internet eure Daten benutzen, um die weiter zu verscherbeln und sich damit auf euren Nacken ihr Portemonnaie mit Moneten vollsch... Ich weiß es jetzt schon, einfach weil ich im letzten Video, ich meine, das gleiche Placement hatte. Stopfen? Das ist ganz schön doof, wenn das passiert. Ich, ich sag in Cockney. Aber egal, displayt meine Freunde. Hä? LOL, was? Hat der richtig geprankt, ey. Euer Z... Aber genau so, genau so fühle ich mich gerade. LOL, was ist denn heute los? Oh, kann man drin sitzen, atmen, gucken. Aber wo wir bei Gucken sind, irgendwie, da fehlt was. Und zwar Displays. Wenn ihr schon welche habt, man kann nicht genug haben. Es gibt keine Wohnung, kein Zimmer, das nicht durch die wunderbaren, hochqualitativen, super leicht anzubringende Metallposter von Displays... Habe ich meinem Bruder auch schon mal geschenkt. Display kann man nur empfehlen. Ich hoffe bei Gott, dass ich irgendwann auch die Möglichkeit habe, auch mal Displaypartner zu sein. Ich finde es so geil. Also, Videobeschreibung nachschauen, Link ist da drin. Gönnt euch auf jeden Fall mit seinem Code. ...aufgehübscht werden kann. Egal, ob matt, glänzend, mit Special-Rahmen, whatever. Ich meine, habt ihr schon mal einen Influencer ohne Displays im Hintergrund gesehen? Hier mit nicht. Und es ist einfach für jeden was dabei. Mein Manager zum Beispiel, der hat Haustierhühner mit einer eigenen Bude. Auch die Happy. Das meine ich mit, ist für jeden was dabei. Über zwei Millionen Designs. Ich hänge mir hier bald ein Display von der Sonne auf, damit ich die halt überhaupt noch sehe. Coco, naja, ja. Beim Insee-Hasen, Bilder von Moneten. Bei Isvirambazamba. Wenn man es auch nicht hat, redet man besonders viel darüber. Bei KuchenTV, dem langen Hals, Displays vom Brontosaurus, damit man sich unter sich fühlt. Okay. Bei Dekadent. Ja. Oh, ihr wollt nicht wissen, wie Tomatolicks Zimmer aussieht. Das Mounting-System ist trottelsicher, ich kann es also auch. Jedes Display hat ein eigenes Kit und kann ohne, dass eure Wand aussieht wie ein Schweizer Käse, sprich bohren und folglich ohne grantigen Vermieter. Und vor allem ohne Frustration, weil ihr beim Bohren aus Versehen Saw 4 nachgestellt habt. Wirklich easy angebracht. Ich verlinke euch natürlich trotzdem ein deppensicheres Unbring-Tutorial. Höchste Eisenbahn auf meinen Link in der Beschreibung zu klicken, damit eure Bude in 4-5 Werktagen auch endlich mal brauchbar ist. Obendrauf erschnattert ihr euch mit meinem Link in der Beschreibung noch einen exklusiven Premium-Rabatt. Wir haben hier den allerbesten, größten Rabatt mit meinem Link in der Beschreibung. Make deine Wohnung great again. Alter, was, was um alles in der Welt hat Just Nero bei diesem Placement geraucht? Junge, das ist ja nicht von dieser Welt. So ziemlich alles, was in meinem Eisberg auf oder oberhalb von Ebene 4 wäre, würde ich dennoch ansprechen, weil sie natürlich keine Narrenfreiheit genießt bei mir. Ich könnte zum aktuellen Stand noch so viel sagen und wirklich einige Videos produzieren, aber wie gesagt, werden die Bedingungen eingehalten, klemme ich mir das. Warum, sage ich euch gleich übrigens noch. Es ist schon fast ein bisschen absurd. Ich bin, was Aline angeht, komplett abgestumpft mittlerweile. Wenn jetzt zum Beispiel wieder irgendeine Privatperson, die die Unverfrorenheit besaß, ihre heilige Eminenz, die Gott-Imperatorin Aline herself zu kritisieren, mit einer Reichweite jenseits der halben Million und sie die Person dann doxen würde, die Person ohne Reichweite und so irgendwas aufruft, wie zum Beispiel, ja, wenn ihr den mal seht, dann könnt ihr ja mal ein Foto machen euch. Ich weiß auch nicht, ne, also Doxing scheint bei diesen Menschen echt beliebt zu sein, ne. Wir haben ja gestern im Stream darüber gesprochen, dass, ähm, ja, Shuyoka auch wen gedoxet hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt gängige Praxis geworden ist, andere Menschen zu doxen. Ich finde das mit eins der schlimmsten Dinge, die du machen kannst, grundsätzlich als Creator, als, ähm, ja, whatever du auch bist. Ich weiß nicht, wie man Aline sonst beschreiben soll, aber wenn man schon zu so niederträchtigen Dingen greifen muss und jemanden doxen muss, dann hat man echt wirklich verloren, würde ich sagen. Ist das eine Sache, für die ich jeden Influencer aber sowas von ans Bein pissen würde? Ganz genau, ja, safe. Mit einem hohen Bogen wie das Känguru beim Twix. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Bei Aline hingegen denke ich mir, ha, schon wieder? Hm, ist es überhaupt noch erwähnenswert? Ja, zur Hölle ist das erwähnenswert. Natürlich. Fast eine Art der Resignation. Weil, ja, klar wäre das erwähnenswert, wie gesagt, und das müsste auch kritisiert werden. Aber sie hat sich halt so viel übertriebene Scheiße geleistet, dass ich halt wirklich nur denke, oh shit, here we go again. Das ist traurig eigentlich. Warum biete ich Aline trotz allem den Frieden an? Erstens, ich verstehe mich mit der Familie von Aicha unfassbar gut. Diese Menschen sind mir wirklich über die Jahre ans Herz gewachsen. Das sind einfach gutherzige, warme, tolle und freundliche Menschen, die so eine Shitshow nicht verdient haben. Wenn es hilft, das zu unterbinden, ey, fein. Ich wünsche mir, dass diese Familie endlich ihre finale Ruhe hat und gerade, dass Aicha's Mutter mit dem tragischen, viel zu frühen Ableben ihrer wunderbaren Tochter abschließen kann. Kurzum, ich wünsche mir Frieden für die Familie. Ja, das Problem ist, ich sag ganz ehrlich, das ist ein sehr ehrenwerter Move von Nero, aber so Creator wie Aline Bachmann zum Beispiel, die wollen ja keinen Frieden. Weil ohne Frieden sind diese Personen einfach zu langweilig. Die brauchen permanent Beef, so ekelhaft wie es nur geht, um nur ein bisschen Aufmerksamkeit noch von irgendwelchen Leuten zu bekommen. Sondern Aline Bachmann, ähnlich wie Shuyoka, die können doch mit ihrem eigentlichen Content, können jedoch keinen Meter Feldweg mehr gewinnen. Da interessiert sich doch keine Sau mehr für. Deshalb müssen die einfach auf Zwang 24-7 polarisieren und am besten so ekelhaft wie möglich, dass da halt noch jemand einschaltet. Deshalb, ich glaube nicht, dass Aline Bachmann da für Friedensgespräche offen ist, ehrlicherweise. Auch ich möchte nicht die ganze Zeit diesen Streit führen, weil es halt unfassbar anstrengend und repetitiv ist. Sie sagt was gegen mich, ich sage was. Sie daraufhin sagt sie wieder was gegen mich und es geht die ganze Zeit hin und her. Ich würde mich wirklich gerne wieder auf Themen fokussieren, die mir richtig Freude bereiten, statt immer wieder mit dem Kopf gegen diese Wand zu rennen. Das schlägt mir halt auch irgendwann auf die Rübe, mich ständig mit diesen menschlichen Abgründen, die sich da auftun, beschäftigen zu müssen. Was ich wie gesagt ja dennoch tun werde, wenn die Konditionen nicht eingehalten werden. Sie bekommt logischerweise ja keine Narrenfreiheit. Ich würde auch gerne nicht ständig Geld für Anwälte oder sonst was ausgeben müssen. Sind wir mal ehrlich, die Aline Videos, die laufen wirklich super und auch konstant gut. Aber das ist es mir dann irgendwann auch nicht mehr wert, vor allem weil meine Videos ja generell auch echt gut laufen. Mittlerweile ignoriere ich ja einfach schon 90% von den Sachen, die Aline machen. Ich habe halt wirklich keine Lust mehr auf diese Clown-Fiesta. Es wird mir zu dumm. Aber wie gesagt, ich lasse ihr trotzdem nicht die ganz krassen Dinger durchgehen, wenn sie die weiterhin bringt. Dieses Video hier wird so lange Payback-Finale heißen, bis gegen diese Terms verstoßen wurde. Man muss aber dennoch sagen, dass Aline sich die letzten Tage wirklich auffällig ruhig verhalten hat. Und irgendwie ist so ein bisschen die Hoffnung da, dass das auch so bleibt. Wobei oft, wenn wirklich lange Ruhe war, war das einfach nur die klischeehaftige Ruhe vor dem Sturm. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, wenn da lange Ruhe ist, ist das nicht immer ein gutes Zeichen. Also ich drücke natürlich die Daumen, dass da wirklich bald mal Ruhe ist, also komplett Ruhe ist. Aber das sehe ich ehrlicherweise auch nicht kommen. Nach Kirill lässt grüßen. Sollte dem nicht so sein und sie hält sich nicht daran, wird dieses Video in Payback 12 umbenannt. Und ihr könnt euch sicher sein, seht ihr, dass dieses Video hier nicht mehr Payback-Finale heißt, wird es nochmal ordentlich rappeln. Der Peil ist dann am Steamen. Warte, es heißt aber jetzt aktuell noch Payback-Finale, ne? Ja, noch heißt es Payback-Finale. Okay, okay, okay. Um mal meine inneren Anglizismen zu kanalisieren. Wir befassen uns gleich mit einem unfassbar wichtigen Video, welches unten verlinkt ist. Wirklich Props für dieses Video. Der Bruder von Aicha bricht endlich sein Schweigen und offenbart, wie dieser ganze Fall wirklich abgelaufen ist. Das muss ich noch zusätzlich sagen, bevor ich das vergesse. Auch wenn es mit den Paybacks und den Aline-Videos vorbei ist, kann es trotzdem noch sein, dass ein Video zusammen mit der Familie von Aicha kommt. Weil das haben wir soweit auch abgesprochen. Und das wird wahrscheinlich auch noch passieren. Aber das zähle ich dann halt nicht so als Payback-Video oder als krasse Ansage, sondern einfach nur dieser Familie halt eine Plattform und eine Stimme geben. Ich finde das halt gerechtfertigt, weil, wie gesagt, dieser Kampf von den Leuten ohne Reichweite gegen, wie viele Follower hat sie? 600.000? Ist halt nicht ganz so fair. Deswegen würde es mich, wie gesagt, freuen, dieser Familie einfach ein Sprachrohr sein zu können. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich mir für dieses Video ein Skript geschrieben habe, weil ich mich die ganze Zeit nicht dran halte und irgendwas Free-Flow reinblabber. Naja, vielleicht kommt es ja trotzdem ganz gut an. Keine Ahnung. Wir haben ja generell mitbekommen, dass Aline sich gerne mal als Engel und die Kritiker, ja, das sind die bösen Dämonen. Ich sehe so viele Parallelen. Es tut mir wirklich leid, Freunde. Ich möchte da nicht immer den Circle spannen hin zu einer Shuyoka. Aber ich sehe einfach so viele Parallelen. Also demnächst fängt irgendwie noch eine Aline Bachmann an, über antifeministischen Hasskampf oder Hasskampagne zu sprechen. Ich sehe es wirklich von meinem geistigen Auge schon kommen. Aber diese Frau hat auch fertig. Also Aline Bachmann finde ich so schlimm, ist unfassbar. Ich bin auch ganz gerne mal die Personifizierung von Lucifer himself. Sie mag es halt gerne, die Realität so darzustellen, wie es ihr gefällt. Halt, was gerade nützlich für sie ist. Wenn sie sich gerade als Opfer darstellen kann, dann ist sie die kleine, verletzliche Aline. Und wenn sie gerade den Helden mimen will, dann ist sie die taffe Powerfrau, die sich nicht unterkriegen lässt. Ob das dann halt auch der Wahrheit entspricht? Ja, wen interessiert? Dieses unfassbar wertvolle Interview ist logischerweise, wie gesagt, unten verlinkt. Es würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und Grüße dalässt. Genauso wie der Paperlink von Aichas Mutter, damit sie sich gegen Aline... Das finde ich aber eine Ehrenaktion. Also wirklich, wenn da jemand Interesse hat, die zu unterstützen, dann macht das sehr, sehr gerne. Link ist, ähm... Ja? Alter, in der Videobeschreibung? Wo denn? Hat der nicht gesagt PayPal in der Videobeschreibung? Ach hier, PayPal-Link. Hier ist der PayPal-Link. Guckt sehr gerne mal vorbei, wenn ihr unterstützen wollt. Das ist sicherlich eine gute Sache. Und sogar gegen die ARD anwaltlich zur Wehr setzen kann. Ihr müsst euch ja halt überlegen, dass da, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt, eine Privatperson-Familie gegen eine mächtige Influencerin steht. Und da wäre es halt nur fair. Also statt, dass ihr mir irgendwie wieder Super-Fanks oder sowas dalasst, spendet das ruhig der Mutter von Aicha. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Aber natürlich nur, wenn ihr gerade was überhabt und euch das nicht schaden würde. Sind gerade schwere Zeiten. Und gerade diese Verhältnisse von einer Familie gegen die ARD. Ja, wer da wohl den längeren Hebel hat, was Anwälte angeht, das brauche ich euch nicht zu verraten. Die möchten halt einfach jetzt langsam mit dieser ganzen Sache abschließen. Und ich denke, mit einem Anwalt wird das relativ gut funktionieren. Ey, das ist ja auch noch so ein Ding. Das fällt mir gerade ein. Als Ferit den Spenden-Link von der Mutter geteilt hat, hat Aline es für nötig empfunden, Aichas Mutter im Privat-Chat zu attackieren und ihr mitzuteilen, wie erbärmlich es doch ist, dass nach Spenden gefragt wird, um sich... Ey, ist das krass, ne? Also, wie wenig Selbstrespekt musst du denn haben, um die Mutter da noch anzuschreiben, die ihr Kind verloren hat? Und dabei versuchst du noch, die unter Druck zu setzen und spamst die auch noch privat voll? Also, Freunde, ein bisschen Moral, ein bisschen Menschlichkeit kann man doch sogar auch noch von ihr erwarten, dachte ich. Aber die nimmt das wirklich zum Anlass, um ihr dann nochmal privat zu schreiben? Junge, bei ihr brennt aber wirklich krass der Helm. Also das, da brauchen wir nicht drüber reden, wie ekelhaft das ist. Einfach nur erbärmlich. Das ist erbärmlich. Und nicht, dass man nach Spenden fragt. Einen Anwalt leisten zu können. Widerlich, wirklich widerlich. Und nachdem Aline die auch anwaltlich bedroht hat, naja. Aber sich dann im TikTok-Stream Nutella und Ei in die Fratze zu schmieren und nach Spenden zu betteln, obwohl man eine Reichweite jenseits der halben Millionen hat und finanziell eigentlich relativ gut betucht ist. Vielleicht auch betuchtbar. Äh, egal. Sondern halt einfach nur diese Bettelei. Ja, dazu muss ich, glaube ich, auch gar nichts sagen, ne? Alter, das ist, äh, das ist dezent peinlich. ...zu persönlichen Bereicherung macht, dann ist das nicht erbärmlich oder was? Genauso wie es nicht erbärmlich ist, zu heulen und Geräusche von sich zu geben, als würdest du gerade ein Kind zur Welt bringen, weil dir die Spenden von deinen Zuschauern zu wenig waren. Nö, ich bin nicht dankbar für das Geld. Das ist mir der großen Influencerin, der das in den Drachen gestopft wurde. Zu wenig. Das muss mehr sein. Dünnes fucking Eis. Wirklich dünnes Eis. Weiß ich ja nicht, ob es so eine gute Idee ist, Aichers Mutter wirklich damit zu bedrohen. Ja, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich finde es super fragwürdig von den Plattformen, auch von TikTok in dem Fall, dass man sowas laufen lässt, ja, also da muss sich doch irgendein Mitarbeiter den Content angucken und sich denken, nee, das ist für unsere Community definitiv nicht das Richtige, also da sind viele junge Menschen, die ihre Streams schauen, die sich wirklich anschauen, was da passiert und dann nimmt eine Aline Bachmann scheinbar in ihren Streams irgendwelche Betäubungsmittel, hat ja wirklich psychotische Schübe, ich weiß nicht, warum eine Plattform da nicht einfach mal rigoros gegen vorgeht, da passieren ja vor laufender Kamera ekelhafteste Dinge und ich werde es nicht verstehen, ich werde es nicht verstehen, wie man sowas einfach laufen lässt. Dem du gesagt hast, dass du dein Geld für die Anwälte auch geschenkt bekommen hast, das hat sie auch noch angehängt, sie dachte halt wirklich, dass es ein guter Front wäre zu schreiben, ja, da kann dir der Nero ja auch wieder 1000 Euro spenden, wie er es damals bei Aicha gemacht hat. Wow, wow, Aline, guter Vorwurf, weil ich das durchgezogen habe, was bei dir gescheitert ist, Sperrung der Kampagne und so. Ich habe das damals nicht mal öffentlich erwähnt gehabt, dass ich Aicha privat auch nochmal 1000 Euro in die Hand gedrückt habe, bis Aline die Behauptung aufgestellt hat, dass ich ja gar nichts für Aicha getan hätte, sondern nur sie. Und der Nero, ach, der wollte die nur ausbeuten und sich persönlich an ihrem Leid bereichern. Halt doch einfach mal die Schnute. Ey, wirklich, man kann sagen, dass dieses Interview Aline sowas von zerstört hat. Ihre ganzen wilden Anschuldigungen und Behauptungen wurden damit komplett zerrupft, seien es die gegen Aicha, gegen die Familie, gegen mich oder sonst wem, der in diesem Fall involviert war. Das Ding ist ja, dass Ferit für all diese Sachen Beweise hat, auch wenn man die in den Videos aus juristischen Gründen eher schwierig immer zeigen kann. Ich lehne mich allerdings nicht so weit aus dem Fenster zu sagen, dass das, was dort erzählt wird, absolut der Wahrheit und nichts als der Wahrheit. Ich habe schon Dinge gemeldet wie Hetze gegen Juden und es wurde nämlich gesperrt. Ja, TikTok ist da auch sehr, sehr eigen. Also TikTok, ich glaube, die interessiert das halt for real nicht. Da passieren so viele Dinge, ey, teilweise siehst du da halbnackte Kinder oder Bilder aus Kriegsgebieten, whatever, das wird alles nicht gesperrt. Die Plattform lässt es alles laufen und das ist auch gar nicht, also reguliert überhaupt nicht. Kein Mensch kann das irgendwie nachprüfen, kein Mensch kann da irgendwie eine Sperrung in Auftrag geben, da passiert gar nichts. Und deshalb sage ich nicht umsonst, dass TikTok eine reine Rotz-Plattform ist. Nicht nur habe ich Beweise gesehen, ich habe ja auch eigene. Ich habe selber Beweise dafür. Unter anderem werden damit auch die neuesten Vorwürfe, die Aline mir entgegen gefeuert hat, widerlegt. Von wegen Aicha hätte ja so eine Angst vor mir gehabt, dass ich Videos über sie mache, wenn sie nett zu Aline ist. Fucking Bullshit. Schauen wir doch einfach mal rein. Wie gesagt, der Link zu dem Video ist unten. Good job, Da Vinci. Es wird teilweise jetzt sehr lange Einschnitte geben. Es ist aber halt auch einfach wichtig, Aichas Bruder diese Plattform zu geben und ihm zuzuhören. Wir müssen nicht die ganze Zeit nur über ihn reden. Wir können ihn auch einfach mal reden lassen und ich gebe da meinen Take zu. Diese Aufmerksamkeit hat er wirklich verdient. Zunächst eine kleine Schilderung der Sachlage. Es ist ja nicht nur das, was... Ja, guck mal, bei TikTok, das ist wirklich random, was die sperren, was die nicht sperren. Ich habe zum Beispiel damals ganz, ganz viele Fake-Accounts von mir gemeldet, die einfach ganz stumpf meine Inhalte kopiert haben. Also wirklich gedownloadet und regeuploadet und dann noch mein Profilbild geklaut haben, die wirklich, ja, meine Sachen einfach benutzt haben. Das hat auch TikTok nicht interessiert und dann habe ich nur die Nachricht bekommen, ja, die erkennen halt hier keinen Verstoß gegen die Community-Richtlinien. Und ich denke mir nur so, ja, nice, die klauen halt original mein Content, aber passt schon. ... passiert, was veröffentlicht wurde von mir oder der Familie. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, mussten die Verwandten von Aicha einiges wegstecken, was sie halt nicht veröffentlicht haben, um das Drehen der Eskalationsspirale nicht zu verschnellern. Mit, ehrlicherweise, mäßigem Erfolg. Ihr kennt halt Aline. Wenn sie nicht unmittelbar eine Retoure kassiert, wehnt sie sich auf dem Highground und spuckt erst recht auf die Köpfe von denen unten. Also hallo nochmal, ich bin Ferry aus Nürnberg, Aicha's Bruder. Genau, also wie der Da Vinci schon gesagt hat, ja, als Familie, irgendwann ist der Becher schon voll. Wir haben vieles drüber weggeschaut, wir haben vieles weggesehen, haben wir gesagt, okay, lass Gras drüber wachsen. Der Hype geht irgendwann mal weg, ja, aber irgendwie hat es kein Ende. Je ruhiger wir sind, umso mehr wird draufgetreten, umso mehr wird draufgehakt. Natürlich blieb es nicht bei rohen Verbalangriffen der Familie gegenüber. Auch juristisch hat sie sich beruft. Ja, gibt es bei Monte tatsächlich auch, ja, safe. Aber Monte macht natürlich nochmal ganz andere Aufrufe. Und wenn man das dann nach einem Monat unterm Strich mal ausrechnet, könnten das schon mehrere tausend Euro sein, die dem halt entgehen. Und das, das check ich halt auch nicht. Ich hoffe, dass TikTok da mal irgendwie ein Gerichtsurteil gegen sich bekommt, dass sie sich mal gezwungen fühlen, da auch langfristig was zu machen. Weil als Creator, gut, nehmen wir Monte mal außen vor, aber es gibt auch Creator, die verdienen durch TikTok ihren Lebensunterhalt. Und wenn es da Fake-Accounts gibt, die quasi 24-7 nur deinen Content reproduzieren und damit noch mehr Reichweite bekommen als du, Das ist halt, naja, das nimmt dir die Existenzgrundlage und das ist ja auch einfach ein strafbares Verhalten. Das ist halt einfach Copyright-mäßig nicht in Ordnung. Und da muss TikTok was machen und notfalls muss man die halt gerichtlich dazu zwingen. Rufen gefühlt, die Säbel zu rasseln. Mich verwundert an der Stelle ein wenig, dass sie mir zwar häufig damit gedroht, es aber eigentlich nie so richtig durchgezogen hat. Abgesehen von den elf Anzeigen, aber dafür braucht man auch keinen Anwalt. Entschuldigung, ich meine natürlich elf Anzeigen. Man könnte daraus schließen, dass sie eventuell weiß, dass sie bei mir mit so einer Show nicht so weit kommt. Weil Anwaltsdrohungen, die lassen mich halt kalt in Kaputterfüll. Bei Privatpersonen, die gerade eh zu kämpfen haben und quasi sowieso einer halben Millionen starken Community schutzlos ausgeliefert sind, ja, könnte die halt einschüchtern. Das weiß sie. Vielleicht haben die keinen Anwalt und ja, dann lassen sie sich beeindrucken von mir, der beeindruckenden Bein. Also Aline Bachmann ist halt eine Person, die ihre Reichweite 24-7 als Waffe einsetzt, ne? Und Menschen, die das tun, sind für mich eh schon sehr, sehr suspekt. Also Thema Reichweitenverantwortung haben wir in den letzten Wochen auch viel drüber gesprochen bei anderen Creatoren. In dem Bereich vor allen Dingen auch. Aber Aline Bachmann ist ja ganz stumpf, also die gibt das ja sogar zu. Die nimmt ihre Community als Waffe, um andere Menschen halt unter Druck zu setzen. Also wie wenig Selbstachtung muss man auch haben, um zu so Mitteln zu greifen. Ich werde das niemals verstehen und ich werde eine Frau wie Aline Bachmann auch niemals verstehen. Die ist auch so von Hass zerfressen. Ihr ganzer Alltag muss im Prinzip nur daraus bestehen, irgendwelche Menschen zu beleidigen, Menschen unter Druck zu setzen, weiß ich nicht. Ihre psychotischen Schübe auszuleben, ganz, ganz unangenehm. Aline Achmann, ich bin toll, sehr toll. Habt Angst vor mir! Da kann man halt mal ordentlich zulangen. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, dass es dann wohl doch ein böses Erwachen gab. Aline hat sich wohl falsch angelegt. Die Wirecard-Aktien. Die Familie von Aidscha besteht halt aus absolut stabilen, resoluten Menschen, von denen man sich, was Widerstandsfähigkeit angeht, schon eine Scheibe abschneiden kann. Ihr müsst mal überlegen, was die alles weggesteckt haben von ihr. Die lassen sich nicht kleinkriegen, da steckt halt Feuer hinter. Und das könnt ihr mal glauben. Kleiner Einschnitt. An der Stelle ist mir ein Hoppala passiert. Euch wird es wahrscheinlich trotzdem freuen. Ich wollte hier einen winzigen Extra-Part einschieben und kurz auf einen männlichen Influencer eingehen, der es für nötig hielt, Aline zu white knighten und gottlos zu verteidigen. Dieser ganz kurze Mini-Part, eventuell ist er 23 Minuten lang geworden und ich habe daraus jetzt ein extra Video gemacht. Ganz vielleicht habe ich mich ein wenig in Rage geredet und mir sind immer wieder neue Argumente eingefallen, warum es lost ist, diese Frau zu verteidigen. Tut das nicht! Ey, ich sag mal so, wäre ja auch nicht das erste Mal, dass Just Nero in den letzten Wochen ein Video raushaut, was über eine Stunde geht, ne? Wir hatten... Wann war das? Da dachte ich auch, ich sehe nicht richtig. Ähm, hier. Vor einem Monat. Aline Bachmanns wahres Gesicht, das ging einfach eine Stunde elf. Wurde, ich bin kaputt gegangen, ehrlich. Naja, ihr werdet euch wahrscheinlich über ein zusätzliches Video freuen. Kurz runtergebrochen. Hört verdammt nochmal auf, Aline zu verteidigen. Hört euch einfach an, was Alchars Familie zu sagen hat. Meine Güte. Ja, ich bekomme hier schon auch schon von Alines Anwalt schon, ähm, sag ich mal, äh, hab auch schon einen Brief bekommen, dass sich das unterlassen soll, sie irgendwo in den Storys zu erwähnen in der Anfangszeit, kurz nachdem, äh, sag ich mal, nachdem die Eichel verstorben ist, ja, was sich einer unter... Unter aller Sau, ja. Aller Sau, äh, ja, wie sagt man's? Ja, du hast absolut richtig, also du verstehst... Ja, äh, ich finde es schon, allein schon dreist, sag ich mal, als Anwalt überhaupt so einen Fall zu nehmen. Ja. Und, ja, äh, auf jeden Fall, äh, haben wir jetzt ein Schriftstück, äh, vorbereitet, den werde ich morgen einreichen, äh, mit der Unterstützung natürlich, äh, äh, für die Unterlassungserklärung. Alter, man kann es sich nicht ausdenken. Aline Bachmann postet fucking Storys, in denen sie den Tod von Aitscher gegen den Willen der Familie veröffentlicht. Also, ich weiß halt nicht, was ich dazu noch sagen soll. Das ist halt endlevel ekelhaft, das ist endlevel ekelhaft. Sie respektiert nicht mal ein totes Kind, beziehungsweise die Eltern eines toten Kindes. Ich, ich bin da sprachlos, ich bin wirklich sprach- und fassungslos, wie ein Mensch so ekelhaft werden kann. Also, Aline Bachmann hat für mich einfach auch keine Seele, ohne Scheiß, Moralethik mal komplett abgeschrieben und einfach, ja, was ist denn das für ein Mensch? Junge, Junge, Junge. Verdreht die Realität und schlachtet ihr Abbruch völlig aus. Ekelhaft, ekelhaft. Obendrein benutzt die das alles noch, um wieder gegen mich zu schießen und Jügen zu verbreiten. Also, der Bruder hat mir zum Beispiel angeboten, wenn ich mal heirate, würde er sogar die Fotos machen. So, er ist nämlich Hochzeitsfotograf. For free. Auf diesem Level sind wir gut miteinander. Wir tauschen uns aus und sind halt füreinander da, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Und Aline erwartet halt, dass die das einfach so stehen lassen, wenn sie so gegen mich schießt und die Realität verdreht. Man muss aber immerhin sagen, dass Praline durch das Gift- und Gallespein sich selbst zwar isoliert, weil sich keiner verätzen will, möchte man halt einfach nicht. Aber immerhin bringt sie dadurch andere Menschen, die unter ihr leiden, zumindest zusammen. Ich wiederhole das nochmal. Jedes Video ist mit denen abgesprochen. Ich bin quasi einfach nur das erweiterte Sprachrohr, was das Thema Aidschan angeht, damit man sich auf einer Plattform, die zahlentechnisch ebenbürtig ist, begegnen kann. Deswegen ist das auch eine der Bedingungen, die ich für den Frieden gestellt habe. Ich habe diese Familie in mein Herz geschlossen, deswegen dulde ich es nicht, wenn man sie tyrannisiert. Ganz einfache Geschichte. Auf diese Stories von Aline hin hat der Bruder sich halt gewehrt und öffentlich darum gebeten, das doch bitte zu unterlassen und auch keine weiteren Lügen zu spät. Ey, sie tyrannisiert einfach 24-7 diese Familie, ne? Und man muss es irgendwie verstehen, dass die sich natürlich verteidigen wollen. Ey, ich weiß nicht oder ich wüsste nicht, ob ich die Kraft dazu hätte. Du hast einen geliebten Menschen verloren, dein Leben ist eh schon richtig abfuck. Also um es mal wirklich auf den Punkt zu bringen, die sind wahrscheinlich immer noch in einer Trauerphase. Und dann hast du eine Aline Bachmann, die auch noch permanent auf dir drauf rumhaut. Es ist einfach, ja, was soll man dazu sagen? Widerlich? Welches Wort passt dafür? Unmenschlich? Ich weiß es nicht. Sie haben schon so viel damit zu tun, den Verlust eines Menschen zu verarbeiten und dann kommt sie noch. Dann kommt einfach sie. Und sie wird von der Shuri verteidigt. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist ja klar, dass Shuyoka sich da einschaltet. Safe call. Spreaden. Es sollte halt Aichas Name nicht mehr von ihr in den Mund genommen werden, um damit Stress und Ärger zu produzieren. Statt jetzt dem Bruder zu schreiben, ey, sorry, du hast recht, es war impulsiv von mir und absolut nicht in Ordnung. Ich bitte um Verzeihung. Es kommt nicht mal vor. Postet sie lieber Storys gegen ihn, droht und hetzt, eskaliert die Situation völlig, rantet im Stream gottlos rum, beleidigt und bringt es dann allen Ernstes auch noch fertig, eine Abmahnung zu schicken, weil man sie erwähnt hat in einer Story. Weil man sie erwähnt hat in einer Story, gibt es eine Abmahnung? Ey, da muss man sich auch hinterfragen, welche Anwälte machen sowas. Kriege ich ja jetzt quasi auch eine Abmahnung von ihr, ne? Ich habe sie ja jetzt auch erwähnt, kann ich mich ja schon mal auf Post freuen. Es ist auch so geil, eine Person, die 24-7 über andere abrentet, schickt Abmahnung, weil man sie erwähnt. Das kannst du dir nicht ausdenken, wirklich nicht. ...der hinstellt und sowas verteidigt, aber das sind Anwälte, das ist deren Job. Was mich nur wundert, ist, dass das einer angenommen hat wegen den Erfolgsaussichten. Wurde Aline nicht mitgeteilt, dass das von vornherein halt ein verlorenes Ding ist? So, das hätte halt passieren müssen. Vielleicht wurde das auch gemacht und sie hat gesagt, nö, ich will das trotzdem. Als nächstes erzählt uns Ferit von Altschars Reaktion nach dem... Die wollen eh nur Geld verdienen. Also ich meine, ist ja auch deren Job, wie Justin Ero schon sagt, ist ja bei Schuyoka und Müller-Römer nicht anders. Was die verloren haben, geht ja auch auf keine Kuhhaut mehr. Und ich bin mir da auch nicht sicher, wie die Beratungsgespräche da aussehen müssen. Also die haben ja auch schon Gerichtsprozesse geführt. Da hätte meine Oma gesagt, das wird nicht funktionieren. Und die hat mit Jura-Oma gar nichts zu tun. Also das ist Wahnsinn. Also die Anwälte sind echt die einzigen, die irgendwie da profitieren. Im ersten Kontakt mit Aline. Und dann hat sie mir halt so ein YouTube-Video von ihr geschickt. Habe ich gesagt, nö, eigentlich nicht. Muss man sie kennen? Ja, und dann hat sie halt gemeint, kann ich natürlich auch... Ich habe ein paar SMSer von ihr offen. Die wird gerade sehr in den Medien gesprochen. Und ja, sie kam einfach so drauf, eine Spende zu starten. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, aber sie hat schon so viel Scheiße gemacht. Die hat da viel Kacke gemacht. Muss jetzt nicht sein, dass sie bei mir auch mal dasselbe macht. Aber naja, ich meine ja nur. Du kannst es dir nicht ausdenken. Entgegen Alines Narrativ hat sie das nicht mit Aicha abgesprochen, sondern sich einfach so gedacht, ja, ich sammle jetzt Spenden, die auf mein Konto gehen für sie, statt einfach ihre Spendenkampagne zu teilen. Oder es halt direkt auf ihr Konto laufen zu lassen. Checke ich bis heute nicht, warum man das so gemacht hat. Ihr müsst euch das mal überlegen. Sie liegt mit aggressivster Leukämie im Krankenhaus und hat sofort geahnt, shit, das könnte nach hinten losgehen. Nicht, dass die jetzt auch wieder sowas bei mir abzieht. Und sie sollte recht behalten mit ihrer Befürchtung. Aicha wurde irgendwann nämlich bei einer Fragerunde gefragt, oh, was ist eigentlich mit den Spenden passiert, die Aline für dich gesammelt hat? Das wurde von ihr mit, ja, keine Ahnung, sie antwortet mir nicht beantwortet. Daraufhin ist Aline ja gottlos eskaliert und hat angefangen, sie zu bedrohen. Von wegen, ich werde deinen Instagram-Account sperren lassen und so weiter. Das hört sich ja erstmal... Ja, das sind so alles irrationale Bedrohungen. Also sie greift ja wirklich in ihre Bedrohungskiste ganz tief rein und droht dann mit den komischsten Dingen. Als würde sie Gott spielen. Wisst ihr, was ich meine? Nur weil dieser Rotzgöre das einfach nicht passt. Sie verhält sich wirklich wie so eine trotzige Achtjährige, die ihren Willen nicht bekommt und dann auf Teufel komm raus alles und jeden bedrohen muss. Also wirklich, zu dieser Person fällt mir aber mal gar nichts Positives mehr ein. Nicht im Ansatz. Also semi-schlimm an, weil man in dem Moment größere Probleme hat, als den Instagram-Account zu verlieren. Allerdings wäre das für sie eine fürchterliche Katastrophe gewesen, weil sie sich dadurch finanziert. Und das wusste Aline. Instagram war ihre Haupteinnahmequelle. Die entrissen zu bekommen in so einem Moment, während man mit so einer schlimmen Krankheit kämpft, schlimmer geht es kaum. Und das wusste sie, wie gesagt. Weswegen sonst sollte sie damit drohen? Das war aber auch noch nicht die Spitze. Aline hat ihr Privat ja ebenfalls damit gedroht, dass sie beim Finanzamt gemeldet wird, weil sie die Spenden bestimmt nicht richtig versteuert hat. Klar, unlogische Drohungen, das wäre halt erst viel später mit der Steuererklärung relevant gewesen. Aber da denkt man in dem Moment ja nicht dran. Alines Ziel war einfach, möglichst große Angst zu verursachen und Druck auszuüben. Sie hatte halt gerade andere Sorgen, als über Alines Drohungen nachzudenken. Nämlich über Leben. All das, weil Aitscha öffentlich gesagt hat, dass Aline sie ignoriert, was ja auch richtig war nach dem Start der Spendenkampagne. Es ist so grotesk, was sich da für Abgründe auftun. Ich glaube, Frau Bachmann hat etwas zu lange da reingestarrt. Ja, charakterlich Müll. Also, wir haben von Justin Ero auch schon so viel zu Aline Bachmann gehört. Mich wundert, leider Gottes muss man das sagen, mich wundert da relativ wenig. Aber nichtsdestotrotz ist es immer wieder schockierend, zu welchen Mitteln sie greift. Und dass ihr das scheinbar alles scheißegal ist, dass da ein Mensch gestorben ist. Dass man denen die Existenz wegnehmen möchte. Dass man denen die finanzielle Situation kaputt machen möchte. Und, und, und. Also, Wahnsinn. Die hat wirklich alles ausgepackt, um der Familie zu schaden. Und der ist das ja nicht mal peinlich. Das ist auch so eine Person, die wird sich niemals entschuldigen, Chad. Was Aline übrigens gar nicht mochte, dass Aitscher gesagt hat, hier, ich hab mittlerweile eine eigene Kampagne. Spendet lieber mir direkt das Geld, wenn ihr spenden wollt. Oh, und wie Aline das nicht mochte. Ich mein, es geht hier um Leben und Tod. Wie kann sie es also wagen, auf eine eigene Spendenkampagne hinzuweisen, während die große Bachmann-Herself auch Geld zusammenklimpern will? Fähig liest es uns jetzt vor, was Aline Aitscher daraufhin geschrieben hat. Was zitiere ich jetzt? Wie ekelhaft du bist. Echt krass. Du wirst sehen, was du davon hast. Ich werde deinen Instagram-Account löschen lassen. Sowas geht gar nicht. Unmenschlich. Ich lasse mich von Menschen nicht so behandeln. Ich hoffe, du versteuerst alles. Beim Finanzamt frage ich nach. Das ist ein Spindschirm. Die hat so eine heftige Störung, ohne Scheiß. Die, also Aline Bachmann hat so eine heftige Störung. Und da muss man ja auch für die Zuschauer nochmal erklären, Aitscher war dort im Krankenhaus und hat gegen Leukämie angekämpft. Eine der aggressivsten Krebsformen, die es gibt. Du lässt dich nicht so behandeln, ja? Du! Was hat Aitscher dir Schlimmes angetan? Kannst du das mal bitte in Worte fassen? Ich sehe da nämlich nur von einer Partei eine wirklich widerwärtige Art. Ganz retalkt. Ich bin angewidert, das so nochmal von dem Bruder zu hören. Ich meine, ich wusste das alles. Aber diese Realisation kickt halt nochmal richtig. Würde Aitscher noch leben, hätte ich ihr an der Stelle natürlich mal eine bedingungslose Solidarität ausgesprochen und Hilfe angeboten, wo es nun geht. Man kann halt nicht einfach dabei zusehen, wie jemand so schlimme Zeiten durchmachen musste und dann noch eine Influencerin kommt, die draufhaut. Ich habe ja wirklich viel hin und her geschrieben mit ihr und ihr ahnt nicht, was für eine Angst sie vor Aline hatte. Das war ja bei weitem nicht die einzige Drohung. Hinterher kam es ja sogar noch zur Erpressung von wegen, du stellst dich jetzt öffentlich gut mit mir oder ich verklage dich in Grund und Boden. So hat Aitscher es mir geschildert. Und die Familie weiß das ja auch. Ich kann das halt belegen. Ich habe den Chat mit ihr. Aline, du kannst es leugnen, wie du willst. Wenn man Beweise hat, dann bringt es nichts, wenn du das weiterhin abstreitest. Boah, super hart. Es ist ja also grundsätzlich, das wäre auch schon unter gesunden Menschen äußerst schlimm, was da passiert ist. Aber genau, wie gerade schon gesagt worden ist, die hat dagegen eine Krebsart angekämpft, woran sie letztendlich gestorben ist. Und das alles hat Aline Bachmann nicht interessiert. Das war ihr komplett egal. Da ist ein Kind gestorben, eine Familie trauert mutmaßlich nach wie vor und das ist ihr alles egal. Eine Aline Bachmann, und das kann man, glaube ich, gut und gerne aufgrund ihrer Handlungen sagen, geht über Leichen. Das ist ja komplett egal, einfach. Nicht nur mir hatte sie das erzählt, zum Beispiel auch einem Tobias Huch, der kann das genauso beweisen. Alter, dieses Bild, ey. ...weisen wie ich. Dass Aline es sich rausnimmt, aktuell zu behaupten, dass Aitja Angst vor mir gehabt hätte. Es ist so unglaublich, Alter. Just Nero. Ja? Die Krebskranke, die ich ja verarscht haben soll. Ich habe so viele Sprachnachrichten und die liegen auch schon alle bei meinem Anwalt. Die ganzen Beweismittel, alles Beweislagen liegen ja bei meinem Anwalt. Die gehen das ja alles... Die ganzen Beweislagen liegen beim Anwalt, ja. ...ist durch. Und ich kann euch ein was sagen. Es gibt Sprachnachrichten. Und die werden dann bestimmt vor Gericht vorgespielt. Wo sie mir sagt, Aline, ich habe jetzt Angst vor Just Nero. Dass du sie irgendwie in einem Video... Ihre Ängste hat sie vor ihrem Tod mir noch geäußert. Wahrscheinlich, ja. Wie wird Just Nero nur drauf reagieren? Es ist so unglaublich. Ich habe mich so gut mit ihr verstanden. Ich weiß nicht, was sie alles zu dir gesagt hat, Aline. Aber ich habe ihr halt gesagt, dass sie gerne alles machen kann, um sich mit ihr gutzustellen, damit sie halt einfach mal Ruhe vor dir hat. Auch das kann ich beweisen. Und habe ich ja sogar schon in vergangenen Videos. Die hast du auch gesehen. Du weißt das also. Warum lügst du bewusst weiter? Da Vinci fragt dich jetzt, wie es der Familie in dieser wirklich grauseligen Situation ging. Es ist ja schon... Beschissener kann es einem ja in so einer Situation, glaube ich, gar nicht gehen. Der eigenen Schwester geht schlecht. Auch zu Jungen noch. Ja. Mir tat das selber voll voll voll. Sie war ja vom Charakter her schon... Entschuldigung. Sie war ja vom Charakter her schon sehr starke Persönlichkeit, sage ich mal. Sie hat auch vieles mit Humor natürlich auch angenommen. Sie war auch sehr humorvoll. Wo sie mir dann auch natürlich geschrieben hat, lest dir mal die Nachrichten durch. Die ist krank. Ich habe sie jetzt blockiert. Und dann hat sie halt natürlich versucht, aus allen Kanälen zu terrorisieren. Also irgendwo hört natürlich der Spaß auf. Ich habe es im Rande schon natürlich immer mitbekommen. Aber ich wusste natürlich auch nicht, wie ernst die Lage ist und wie ich sie da abgehen kann. Ihr müsst das mal auf euch wirken lassen. Aicha hat Aline blockiert, weil sie gerade um ihr Leben kämpfend gegen den Krebs im Krankenhaus lag und sie diesen Scheiß, den sie bei ihr abgezogen hat, einfach nicht mehr erdulden wollte. Und statt, dass Aline dann irgendwann mal merkt, wow, also das, was ich hier gerade getan habe, ist selbst für meine Verhältnisse barbarisch und Menschen veracht. Aber ja, das kann man nicht erwarten. Das ist auch komplett krank. Diese Menschen werden ihre eigenen Fehler niemals einsehen. Und das ist ja im Umkehrschluss das besonders Kranke daran, dass die Menschen sich immer im Recht fühlen, egal was sie machen, egal wie ekelhaft sie sind. Eine Aline Bachmann denkt doch for real noch, die ist im Recht. Sie denkt doch wirklich noch, sie lebt in ihrer rosa-roten Blumenwelt und sie ist diejenige, die da terrorisiert worden ist oder sie ist das Opfer. Ja, das habe ich irgendwo schon mal gehört, Freunde. Aber das ist doch kein normaler, rationaler Gedankengang. Das ist, mit so Menschen kannst du nicht diskutieren. Die brauchen einen Psychiater. Das ist, oh, Grüße gehen raus. Die brauchen einen Psychiater, weil nichts anderes hilft. Leicht, mach ich mal ruhig. Nee, hat sie nicht eingesehen. Stattdessen schrieb sie ihr von anderen Accounts und hat den Scheiß fortgeführt. Wie nennt man das, wenn man seinen Opfer einfach nicht in Ruhe lässt und nach dem Blog auf... Aber eine Aline Bachmann jetzt eine Teilschuld zusprechen, ist schon sehr abwegig. Wer hat denn hier von Teilschuld gesprochen? Wie Teilschuld? Wo, wogegen? Oder wofür Teilschuld? Alternativaccounts... Also, dass sie so ekelhaft drauf ist? Nee, da gebe ich ihr keine Teilschuld, sondern die volle Schuld. Da hast du recht. ...wischt, um diese Blockierung zu umgehen und einen komplett zubombt und einfach nicht in Ruhe lässt. Ha! Es ist bewundernswert, dass Aicha trotz allem noch Humor hatte und sich bei Ferit über Aline lustig gemacht hat. Der ganze Scheiß hat sich wirklich über Jahre gezogen, die ganze Krankheitsphase lang und selbst nach ihrem Tod hört sie damit ja nicht auf. Es ist so schlimm. Es ist einfach so krass schlimm. Da Vinci fragt Ferit jetzt, wie sie zu Aline stehen. Also die Familie. Man könnte meinen, dass es eine überflüssige Frage wäre, aber nein. Aline behauptet nämlich öffentlich ständig, dass sie sich ja gut mit der Familie verstehen würde und alles super wäre. So Da Vinci. Wie steht ihr denn zu Aline Bachmann? Das Ding ist ja, dass Aline Bachmann immer wieder behauptet, auch mit der Familie ist ja alles super und sie hat sich doch so super... Ja, wie soll das super sein? Ja, nach dem, was wir da hören, also wie super kann das schon sein? Mit Alche ausgesprochen. Bullshit. Ist denn das so der Fall? Leider nicht. Natürlich nicht. Ich habe mir die Doku, sage ich mal zum Teil, so viel Zeit habe ich nicht, aber die wichtigsten Bereiche habe ich mir vor einer Doku natürlich auch angeschaut. Ja, manches wurde in der Doku so verarmlost, aber meiner Meinung nach ist das genau das Gegenteil, wie wir sie erlebt haben. Ja, leider muss ich das so sagen. Ja, ich habe auch, sage ich mal, wo das Ganze jetzt die letzten Monate alles ein bisschen ruhiger war, immer wieder mal geschaut, ja, was macht sie, was tut sie? Und dann dachte ich mir, ja, endlich kommt sie auf die Spur, endlich ist mal Gras drüber gewachsen. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, je ruhiger wir sind, ja, umso mehr wird sie. Und so schlimmer wird sie. Da hört sie es selbst. Wenn man nachgibt und einfach mal hofft, dass dann irgendwann Ruhe ist, desto mehr sieht sie das als Anlass, erst recht völlig am Rad zu drehen. Wie soll man sonst damit umgehen, wenn sie erst recht freidreht, sobald man aufhört, dieses Verhalten anzuprangern? Das geht an die ganzen Leute, die Aline vehement verteidigen. Wie soll man so eine Situation handhaben? Erzählt es mir bitte. Und soll man das einfach ignorieren und es passieren lassen? Soll man die Familie... Ja, wie ruhig, objektiv und nett der Bruder einfach trotzdem ist, absolut, ne? Ja, absolut... Boah, ich glaube, ich bin ehrlich, ich könnte das nicht. Ich könnte in dem Moment vermutlich nicht so ruhig bleiben und da können wir alle nur imaginär unseren Hut ziehen, dass er da noch so respektvoll bleibt. Aber das zeugt einfach davon, dass er Anstand hat. Dass er selbst in so einer Situation nicht komplett die Fassung verliert. Finde ich sehr beeindruckend und ist das komplette Gegenteil natürlich zu einer Aline Bachmann. Was eine Aline Bachmann hingegen wieder noch dümmer dastehen lässt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen seine Intention, weil er denkt, nee, komm, also wir werden uns nicht auf ein Niveau mit dieser verrückten Irren stellen und wir werden einfach sachlich bleiben und ja, die Situation ist ja klar. Ich glaube, hier hat keiner noch irgendwelche Fragen, wer hier der Brandstifter ist oder wer hier der Schuldige oder der moralische Verlierer der Geschichte ist. Deshalb finde ich es von ihm in dem Sinne professionell, dass er da noch ruhig bleiben kann. Im Stich lassen? Was ist mit eurem Konzept von Solidarität? Sollen die Aline einfach blockieren? Ach nee, warte, dann wird ja von einem neuen Account aus weitergemacht. Das bringt ja auch nichts. Ist ja fast so, als wäre es die beste Option, sich dagegen zu wehren und der Familie solidarisch zur Seite zu stehen. Solidarität ist nicht nur eine Floskel, die man ins Internet scheißen kann, nach volle Soli in die Tastatur einhacken, sollte es dann eventuell auch nicht aufhören. Dann wäre das nämlich nur ein wertloses, leeres Lippenbekenntnis, wenn keine Taten folgen. Als nächstes geht es um die Doku. Wenn wir bei der Doku sind, wie stehst du zu der Doku? Wie steht die Familie dazu? Wurde überhaupt gefragt, dass Alter dort vorkommt? Weil sie ist ja quasi der Aufhänger, warum Aline Bachmann ja eigentlich rehabilitiert gehört. Also von der Doku hatten wir ja glaube ich letztes Jahr irgendwie oder so in der Art mal von ihr mal gehört, ich werde alles offenlegen. Da hat sie ja mal so irgendwie einfach in die Öffentlichkeit was geschossen. Endlich kommt die Wahrheit irgendwie so ins Licht. Ja, mehr wussten wir dann natürlich auch nicht. Wir haben ihr dann auch natürlich da mal geschrieben, lass uns endlich mal in Ruhe. Ja, aber die ist da emotionslos. Also das ist fürchterlich. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube, dieses Wort emotionslos trifft es mit am besten. Ich habe ja gerade überlegt, wie kann man das Verhalten von der Aline Bachmann beschreiben oder wie kann man Aline Bachmann allgemein beschreiben. Und ich finde, emotionslos passt mit am besten. Diese Frau hat einfach keine Emotion. Die ist eiskalt. Ist ja sowas von geil, dass man nicht von dem Doku-Team erfährt, dass im Öffentlich-Rechtlichen über die verstorbene Tochter gesprochen wird, sondern von Aline in einem Angeber-Monolog, dass ja jetzt alles offen gelegt wird und sie ist ja eigentlich die Heldin und endlich wird es mal gezeigt. Es roch ja schon danach, dass die Situation eventuell verzerrt zu... Und die sitzt dann da in der Doku und heult. Das kann man halt auch einfach nicht ernst nehmen. Sorry. ...Gunsten von der Bachmann wiedergegeben werden könnte. Das ist halt auf menschlicher Ebene leider ein absolutes Totalversagen. Was soll ich denn bitte noch sagen? Dass man nicht einmal auf die Idee kam, mit der Familie zu sprechen und sich deren Perspektive anzuhören, ist auf journalistischer Ebene eine Blutgrätsche ins Güllebecken gewesen. Also wer auch immer dafür verantwortlich gewesen wäre, mit denen ein Interview zu führen, hat sowas von gepennt. Wir sprechen nochmal über Alines Behauptung, dass mit der Familie ja alles cool war. Wie gesagt, Alines Narrativ war ich bin die Gute, alle anderen die Böse. Nebenbei geht es auch noch kurz um das Fiasko, welches sie wegen Alchers Beerdigung zu Ungunsten der Familie veranstaltet hat. Dass sie jetzt bei dir sich nicht großartig gemeldet hat oder bei der Familie und sich mal vernünftig mal entschuldigt hat. Sie hat sich ja immer so hingestellt, als sei sie hier irgendwie auf euch auch zugegangen, was ja überhaupt nicht so war. Im Gegenteil, sie wollte ja sogar euch auf der Beerdigung sogar noch belästigen. So habe ich das in Erinnerung. Ja, der Chat, guck mal, das ist ein guter Ansatz. Emotionslos würde ich nicht sagen, stimmt. Sie zeigt ja Emotionen eher die negativen. Empathielos finde ich passen. Safe, stimmt. Ja, Emotionen können ja auch in die andere Richtung ausufern. Das sehen wir bei Aline Bachmann schon ganz klar. Aber stimmt, Empathielos, das trifft es fast noch besser. Kannst du da noch was zu sagen? Richtig, die hat uns am Anfang gefragt, ob sie kommen kann. Da war das Ganze ja nicht irgendwo, hat sie ein bisschen Reue gezeigt, sage ich mal, und gesagt, ja, kann ich kommen. Hab sie natürlich angerufen per Videocall, ja, und dabei hat sie uns natürlich aufgenommen, also auch unsere Texte. Okay, krass. Meine Mom hat schon ganze Zeit im Hintergrund gesagt, leg auf, leg auf, leg auf, weil sie wird das irgendwann gegen dich verwenden, ja. und tatsächlich ist es dann auch so passiert, dass sie dann natürlich paar Chatverläufe dann sozusagen dementsprechend angepasst hat, also ich sage mal, von der Reihenfolge her. Ja, das kann man immer aus dem Zusammenhang reißen, ja. Ausgeschnitten, so angelegt und dann auch auf ihre Stories gepostet, ja, bis ich dann irgendwann gesagt habe, hey, ich möchte dich darum jetzt bitten, sofort alles von iTunes, von mir und von meiner Familie, egal ob WhatsApp-Verläufe, Video oder sonstiges, aus deinen Stories und an Plattformen zu lösen. Ja, Telefonate ohne Zustimmung darf man nicht aufzeichnen, aber da muss ich mich ein bisschen bedeckt halten, weil das habe ich tatsächlich im Rahmen meiner Exposed-Videos auch schon mal gemacht. Wer erinnert sich noch dran, wo ich diese Security-Firma angerufen habe, von diesem Livestreamer, der aus einer Psychiatrie gestreamt hat und dabei übelst die schwerstkrankesten Patienten da gedoxt hat und ja, als Werbung für seinen eigenen Stream missbraucht hat, also da habe ich auch aufgezeichnet, aber auch zu Recht, wie man auch festgestellt hat, weil ich wurde nämlich massiv wegbeleidigt und da muss ich mich also ganz bedeckt halten, leider. Löschen, ohne meine Einwilligung. Es ist so krank. Einfach heimlich recorden und dann auch noch die Chat-Verläufe aus dem Kontext gerissen liegen. Also, ja, du bist auf jeden Fall ein Engel, der sich gar nichts hat zu Schulden kommen lassen. Wie kannst du noch in den Spiegel schauen, ohne dich vollzukotzen? Das Menschlichste wäre auch zu sagen, okay, ich lasse euch in Ruhe in der Trauerphase. Ganz kurz noch, ganz kurz noch. Was ich natürlich auch geschrieben habe, aus diesem Grund, um Unruhen zu vermeiden, möchten wir nicht, dass du zu der Beerdigung kommst. Gerne kannst du uns privat besuchen und dein Beileid mitteilen. Danke für dein Verständnis. Nur, dass wir keine Unruhen auf der Beerdigung wollen, weil ich bin mir ganz sicher, sie wollte einfach nur gesehen werden. Ich bin da und etc. Das kam, ich zitiere, als Antwort von unserer guten Freundin. Denkst du, das hätte I.J. gewollt, mich auszuladen? Frag ihre Mutter, die letzten Tage war ich da und das ist jetzt der Tank. Fragezeichen. Ja, krass. Das ist, und dann, und dann hat es angefangen, mich zu bedrohen. Ja, mein Blut wird noch in euren Händen schmieren und lauter so ein Scheiß. Dafür hätte man sich noch nicht einmal rechtfertigen. Junge, also, diese Frau kann ja auch überhaupt 0,0 mit Ablehnung, ne? Wenn sie in irgendeiner Art und Weise abgelehnt wird, reagiert sie übelst hysterisch mit den wildesten Beleidigungen mit meinem Blut an euren Händen, bla bla bla, richtig kranke Scheiße und dann respektiert sie noch nicht mal den Wunsch der Familie bei der Beerdigung der Tochter einfach mal die Ruhe haben zu wollen. Ey, ich hätte ne Aline Bachmann auch nirgendwo gerne. Weder auf ne Beerdigung noch auf ne Geburtstag noch sonst wo. Das ist ja völlig selbstverständlich. Und wenn man als Familie äußert, wir haben nur einen Wunsch, bitte komm nicht zur Beerdigung. Und dann kannst du das nicht akzeptieren, wie egozentrisch muss ein Mensch sein? Wir müssen nach all dem, was passiert ist. Sowas interessiert ne Aline Bachmann nicht. Ja, aber das ist doch krank. Das ist doch wirklich krank. Es ist nur logisch, dass man da Bedenken hat, ausgerechnet die Person zu der Beerdigung zu lassen, die Alters letzte Stunden auf Erde noch zur Hölle gemacht haben. Man muss einfach sagen, dass die Familie trotz allem noch so unglaublich nett zu Aline war. Ich hab auch noch ein paar andere Sachen mitbekommen. Ferry zum Beispiel ist generell wirklich ein Engel, auch wenn ihm Unrecht getan wird. Wie kann man so gut herzlich sein? Ich blicke es nicht. Wie einem diese liebevolle Art dann gedankt wurde, das habt ihr ja gerade eben gehört. Ich wusste gar nicht, dass sie auch der Familie mit gedroht hat, weil sie nicht ihren Willen bekam. Das ist so unfassbar krank. Die wollte sich damit auf die Beerdigung erpressen. Versteht ihr langsam, warum ich Aline als abgrundtief bösen Menschen wahrnehme? Für mich ist diese Person wirklich das reine Böse. Sorry, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen kann. Sowas habe ich in meiner Laufbahn als Influencer noch nie gesehen. Da Vinci spricht jetzt über die in Anführungszeichen Entschuldigung von Aicha an Aline. In Anführungszeichen, weil es halt das Manöver war, um endlich vor ihr Ruhe zu haben, was ja auch unter anderem mit mir abgesprochen war. Ich wusste davon und habe gesagt, yo, go Freud. Ey, ganz, ganz übel. Ich habe bei diesen Videos über Aline Bachmann, und Nero hat ja tatsächlich in der Vergangenheit sehr, sehr viel über Aline Bachmann gesprochen. Ja, die letzten Videos waren hier über Aline, da über Aline, hier über, ne, das war nicht Aline, das war Aline. Ey, ich habe bei diesen Videos immer übelste Bauchschmerzen, ne, weil, weil mich widert das Verhalten einfach an. Ich kann das, ich kann das nicht mal mehr verstehen. Also, es gibt andere Creator, ne, Grüße an Chiyoka, wo ich einige Verhaltensweisen ja irgendwie noch für mich erklären kann, auch wenn sie für mich oftmals keinen Sinn machen, aber, dass ich sie für mich erklären kann, aber diese ganzen Takes von, von einer Aline Bachmann, die machen mich wirklich wild. Sie hat Aline einfach nach dem Mund gequatscht. Sie wusste nicht mehr, was sie sonst tun soll, um einfach endlich ihren Frieden zu haben. Eher gesagt, um in Frieden sterben zu können. Das war ihre letzte Möglichkeit. Aline hat sie halt wirklich quasi so lange beackert, fast erpresst mit der Anzeige, bis sie sich nicht anders zu helfen wusste und Alines Aufforderung, mit ihr live zu gehen, nachgegeben hat. Als diese Entschuldigung von Aitscha kam, da war Aitscha ja eigentlich schon auf dem Sterbebett und sie war ja unter schwersten Medikamenten. Ich habe ja die letzten Livestreams auch gesehen und war ja noch mit ihrem Kontakt. Sie war auf der einen Seite noch so hoffnungsvoll durch die Medikamente, aber es war im Prinzip schon klar, dass das dort zum Ende geht. Schlimm, schlimm. Wie kann man so eklig sein, ich wollte gerade was ganz anderes sagen, sie in der Situation zu belästigen, live zu kommen, weil ich glaube, Aitscha war einfach so liebevoll und wollte nur ihren Frieden haben. Kannst du das auch noch mal bestätigen, dass das jetzt nicht von Aitscha... Ja, ich habe Gänsehaut, wirklich. Diese Entschuldigung war einfach, weil sie friedlich da einschlafen wollte, ne? Alter, ist das traurig. Und eine Aline Bachmann rennt jetzt rum, ja, sie hat sich bei mir entschuldigt, wir waren ja Best Friends und so, ey, das ist wirklich einfach widerwärtig. Aitscha so gewollt war, dass sie jetzt da aus... Ja, es muss schrecklich in ihrem Kopf aussehen, definitiv. im Schneider ist quasi. Das kann ich richtig groß, sage ich mal, unterstreichen, ja, dass das nicht so war. Aitscha wollte einfach nur ihren Frieden haben, ihre Ruhe haben, weil sie ständig dann in der letzten Zeit terrorisiert wurde. Ja, sie hat schon sowieso ihre letzte Kraft, sage ich mal, mit ihrer Krankheit, sage ich mal, wie sagt man es? Sie hat damit gekämpft und ihre letzte Kraft... Gekämpft, genau. Ja, und ich habe das dann auch immer wieder gehört, ja, ich habe das jetzt so gesagt, dass sie sich beruhigt und dass sie das dies macht und das macht. Eigentlich wollte sie gar nicht. Sie war ja auch ständig, sage ich mal, unter Morphiumkonsum, wegen den ganzen Schmerzen. Ja, sie wollte einfach ihre Ruhe haben. Mir fehlen die Worte. Das ist, glaube ich, wirklich der Peak von Alines Grausamkeiten ihren Mitmenschen gegenüber, ihren Opfern gegenüber. Aber ja, klar, Aline ist das arme, arme Mobbingopfer. Ganz fucking genau. Die Bachmann hat ja ständig behauptet, dass sie zu Aitscher ja richtig lieb und nett war. Was hätte sie nur ohne sie gemacht? Aber sie war einfach nicht genug dankbar für meine Taten. Aber diese, diese bösen YouTuber, Judnerzo, KuchenTV, Da Vinci, die waren sowas von böse zu Aitscher und ihren Verwandten, solche Unmenschen. Na, war das wirklich so? Nochmal eine Frage, ähm... Na. Waren wir YouTuber irgendwie mal blöd zu euch als Familie oder zu Aitscher oder hast, wie hast du das aufgefunden? Du darfst ja auch hundertprozentig ehrlich sein, ich cutte auch nichts raus. Nee, nee, nee. Nee, ganz im Gegenteil. Also, sie hat sich natürlich immer gefreut. Äh, da hat natürlich, äh, die erste Erfahrung hat sie, glaube ich, ich weiß gar nicht, wer es gepostet hat, KuchenTV. Das ist ja jetzt komisch. Hört sich fast so an, als wäre es gar nicht so gewesen, wie Aline behauptet. Wie kann... Joa, komisch, ne? Aline Wachmann sagt nicht die Wahrheit, das ist ja ganz was Neues. Das fünn sein. Da Aitscher jetzt leider nicht mehr unter uns weilt, kann sie Aline halt nicht mehr widersprechen. Gott sei Dank hat Ferit sich bereit erklärt, das alles richtig zu stellen. Er hätte das nicht tun müssen. Behaltet mal bitte im Hinterkopf, dass es hier gerade darum geht, dass seine Schwester gestorben ist. Wie unglaublich ist dieser Mensch bitte, dass er es schafft, das alles zu rekapitulieren und dabei noch wirklich sachlich zu bleiben. Das ist eine Geduld und Ruhe, die ich persönlich beneide. Das könnte ich nicht. Größten Respekt an dich, ich weiß ja, dass du dir zuhörst, das hast du halt wirklich gut gemacht. Meine Community und ich und auch eigentlich ausnahmslos alle, die hierauf reagieren, sowie die Community von den Leuten, die reagieren, stehen halt bedingungslos hinter dir und deiner Familie. Da bin ich mir sicher. Er spezifiziert jetzt nochmal, wie Aitscher wirklich reagiert hat, als unter anderem ich mich bei ihr gemeldet habe. Aline behauptet ja immer noch steif und fest, dass sie einfach Angst gehabt hätte vor uns. Zusätzlich war ja noch die Behauptung, dass wir sie bedrängt und sogar bedroht hätten, gar ausgenutzt, um Infos über... Das ist ja mal so Wahnsinn, weil diese Leute unter Stellen der Gegenseite immer genau das, was sie selbst machen. Bedrängt, also Bedrängung, Bedrohung, das alles ist ja das, was eine Aline Bachmann mit der Familie macht und was sie mit dieser Aitscher gemacht hat. Genau das unterstellt sie jetzt den anderen YouTubern. Es ist so müßig, darüber zu sprechen. Ich merke auch, dass in mir der Frust, der ist so hoch gerade. Ich könnte da jetzt hinfahren und der imaginär natürlich einen ballern, weil mich das so sauer macht, weil diese Menschen einfach fucking unbelehrbar sind. sie zu bekommen und halt unsere persönliche Bereicherung daraus zu ziehen. Auch das entsprach nicht der Wahrheit. Aitscher hatte keine Angst, weil wir ihr geschrieben haben. Wie es wirklich war, hört ihr jetzt selbst. Hier hat sie geschrieben, ich denke, sie wird zum Schluss die Spenden geben und vorbeikommen, damit sie schön, schöne Klicks macht. Und wenn sie aber nicht kommen sollte, oh mein Gott, ich glaube, dann kommt es ganz groß auf YouTube raus und sie hat es halt natürlich dann immer gefeiert, weil sie dann halt immer Unterstützung bekommen hat. Sag ich mal, für sie war das halt natürlich, wow, YouTuber, die haben große Reichweite, sie unterstützen ihn, sie meine ich. Da war sie natürlich schon sehr stolz drauf und auch, sag ich mal, so ein Stück Hoffnung, wo sie sagt, dass sie halt nicht hinter diesen ganzen Sachen verstecken muss. Ja, also Themen. Und daher hat sie eigentlich immer, auch nicht nur sie, wir positiv, sag ich mal, ich habe heute noch mal mich auch mit Just Nero unterhalten, habe mir auch noch mal ein großes Danke ausgesprochen, auch Grüße von hier aus für ihn. Ja, süß. Und so wie du, also... Ja, wir müssen auf jeden Fall mal festhalten, dass der Bruder eine unfassbar starke Person zu sein scheint. Der kann sich da hinsetzen er kann sich komplett gewählt ausdrücken, er ist nicht von Hass zerfressen, er kann das alles, ja, relativ nüchtern darlegen und er kann alles die banken, was eine Aline Bachmann in den ganzen Monaten behauptet hat. Also Respekt an dieser Stelle an den Bruder, könnt ihr jetzt schon mal als Algorithmus-Kommentar reinschreiben, einfach Respekt als Algo-Kommentar, weil das ist nicht selbstverständlich und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte das nicht, ich könnte mich da nicht hinsetzen und so ruhig bleiben, weil ich, naja, ihr kennt mich ja durch meine Exposed-Videos, ich bin da immer ein bisschen emotional, wenn es dann um so Themen geht. Ich kann immer nur wieder sagen, danke, also ihr wart immer wieder, sag ich mal, bereit, für uns da zu sein und wir haben nie Negatives irgendwie von euch gehört, also ich habe ja jetzt auch, wann war es, du hast gestern oder vorgestern, glaube ich, noch einen kleinen Livestream gemacht, da wo gesagt wird, ja, ihr verdient euch da dumm und deppert, sag ich mal, allgemein, allgemein, ich sage mal, es geht keinem was an, wer, wie und was sich verdient, jeder sollte vor der eigenen Haustüre kehren, also, ne? Grüße gehen zurück, ich bin der, der danken möchte für dieses wirklich wichtige Interview, nicht nur hilfst du deiner Familie damit und drückst alles, was Aline über euch gesagt hat, hat gerade, sondern auch mir und den anderen Influencern, du bereinigst damit ja quasi Alines Behauptung und das ist einfach nicht selbstverständlich in dieser Situation, in der du bist, wir hören jetzt noch einen letzten Ausschnitt, das ganze Interview ist wie vorhin erwähnt unten verlinkt, man kann ja gerne nochmal Props dalassen für dieses wirklich großartig geführte Ja, Safe Call, das könnt ihr auch machen, das war wirklich ein gutes Interview und vor allen Dingen gut, dass man der Familie da auch noch eine Plattform gibt, dass man sich zumindest so ein bisschen gegen diese ekelhaften Anschuldigungen der Bachmann da wehren kann, das ist echt nicht selbstverständlich und ich hoffe, er hat den Link hier, ja, hier, er hat den Link von Da Vinci's Video auch in der Videobeschreibung gepackt, da könnt ihr auch gerne mal ein Like dalassen. Der Interview, denkt auch dran, dass der Spendenlink für Aichas Mutter unten ist, falls ihr sie unterstützen wollt bei dem Rechtsstreit mit Aline und der ARD, nur falls. Egal, ob man Da Vinci's Videos mag oder nicht, ob man ihn doof findet, das kann man ihm wirklich nicht nehmen, dieses Video war eine 10 von 10. Nicht nur aufklärerisch, sondern auch sehr empathisch geführt. Aline hat sich darüber beklagt, dass die YouTuber über den Fall berichtet haben, Ferit sich darüber nicht beschwert, bei Aline hingegen schon. Es gab da halt so einen klitzekleinen Unterschied zwischen dem, was die YouTube-Fraktion und dem, was du gepostet hast, Aline. So einen ganz dezenten, kaum wahrnehmbaren Unterschied wie Tag und Nacht, Ying und Yang, Abra und Macholo. Also ich sage mal, diesen feinen, kleinen Unterschied hat sie nicht gemerkt, als ich sie aufgefordert habe, hört doch bitte auf, endlich mal über sie zu berichten, über sie zu posten, über irgendwelche Chatverläufe. Ja, die YouTuber dürfen das machen und ich darf das wohl nicht. Aber sie hat diesen feinen Unterschied nicht gemerkt, was sie anstellt und was die YouTuber gemacht haben. Die YouTuber haben immer versucht, irgendwo natürlich zu sagen, hey, so darfst du nicht umgehen, so darfst du nicht in die Öffentlichkeit schießen, so darfst du, etc. Und diesen feinen Unterschied hat sie leider bis heute noch nicht gemerkt. Ja, warum dürfen die YouTuber Ja doch, ich glaube, den Unterschied hat sie schon gemerkt. Ich glaube, das versteht sie in der Regel auch, aber sie widersetzt sich dem einfach. Ihr ist es egal, weil sie ein unfassbar egozentrischer Mensch ist und um im Mittelpunkt zu stehen, würde sie einfach alles tun. Alles. Punkt, Ende, aus. Einfach alles. Hat sie nicht auch mal einen Ex-Freund ja nicht direkt gedockst, wobei doch schon, wo sie über Missbrauchsvorwürfe gesprochen hat, die er in einer Psychiatrie erlebt haben soll oder weshalb er in einer Psychiatrie war. Ich meine, da hat sie auch sowas in einem Instagram-Livestream mal vom Buckel gelassen. Also diese Frau, die nimmt alles, was ihr zur Verfügung steht, um das als Waffe zu nutzen. Da ist, da kannst du halt nichts machen. Im Kinderheim war das, stimmt, Kinderheim. Hat sie. Kinderheim, genau, Kinderheim. Ja, 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 ich hatte es irgendwie nur so grob im Kopf. Ja, safe. Ja, ja, was wollt ihr von so Menschen erwarten? Ehrlich. Über Aidscher berichten, warum darf ich nicht über Aidscher berichten? Ja, also, verstehst du, was ich meine? Ja, also das Ding ist ja auch, ich habe ja zum Beispiel auch gesagt, lass doch Aidscher bitte raus, wir bleiben bei uns, du kannst uns gerne dissen und wie auch immer, dann machen wir hier die Show für die Leute, aber lass Aidscher da raus, das habe ich ihr immer wieder auch gesagt und dass sie sie in Ruhe lassen soll, auch zu Lebzeiten und, ja, leider Gottes, hat das nie Früchte getragen und, ja, ganz fürchterlich und wenn sie halt Aidscher erwähnt, dann fühle ich mich getriggert, weil ich ja auch mit euch Kontakt habe und dann mache ich ein Video, klar verdiene ich damit auch mein Geld, aber, wie gesagt, es ist irgendwie, um das Verdienen geht es ja eigentlich gar nicht, ja, natürlich berichtet ihr, natürlich führt ihr einen Account, sag ich mal, wo halt Reichweite automatisch regeneriert wird, ob man möchte oder nicht, ja, aber, ich verstehe nicht, was das Problem ist, warum sie ständig immer noch, ja, sich im Rad dreht und ständig immer wieder das Thema Publik macht. Ja, ich glaube, das Problem ist ihre Psychose, ich glaube, also, wie gesagt, mit Ferndiagnose, ich werde da eh wieder auseinandergenommen bei YouTube, ich kann es schon riechen, aber, es ist ja nun mal nicht normal und, und das Verhalten von einer Aline Bachmann ist, ist wirklich krankhaft. Ich glaube, das, was ihr im Weg steht, ist eine sehr ausgeprägte Psychose und eventuell, I don't know, ich bin auch kein Psychiater, aber, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung wird da sicherlich auch ein bisschen mitschwingen, weil, wer so agiert, auf Teufel komm raus, dem alles andere egal ist, die Emotionen der Familie, das, wirklich, die Beerdigung, Tod eines Menschen, das ist, kann man nicht rational erklären, das funktioniert nicht. Verstehe ich nicht, was ist der Sinn der Sache? Ja, das versteht hier, glaube ich, keiner. Ich möchte die Worte jetzt einfach so stehen lassen und ich glaube, es wird Zeit, dieses Video zu beenden. Ich hoffe, dass es das jetzt gewesen ist und dieser Fall endlich beiseite gelegt werden kann. Damit sollte alles gesagt sein, wir hören uns und bis zum nächsten Mal. Ja, Freunde, also mich macht das einfach nur sprachlos. Ich habe hier während einer langen Periode im Video wenig gesagt, weil mir einfach auch sehr, sehr wenig eingefallen ist zu dem, was wir da sehen. Ich bin sehr, sehr schockiert und sehr, sehr traurig, dass sowas unbestraft bleiben kann. Also, ich hoffe, dass die Familie da irgendwie noch irgendwann Ruhe bekommt, weil, ey, schwierig, ganz, ganz schwierig. Also, der Bruder, Respekt nochmal, also Kuss geht raus, dass er so stark ist und sich da in einem Interview hinsetzt und das alles ganz nüchtern betrachtet und das auch gut einordnen kann. Deshalb als Algorithmus-Kommentar jetzt mal Respekt in die Kommentare. Lasst auch meiner Reaction gerne ein Like, da abonniert gerne meinen Kanal und ich gehe das jetzt erstmal verarbeiten und wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Bis dann und ciao, ciao.